Hier, Bierkönig, Dijemine, Gino White. Das ist das, Alter. Gino White. Gino White. Gino White. Gino White. Da hat mir seine CD gebracht. Morgen läuft die hier. Ich weiß brauche. Nut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Nut. Moment, meinst du, Alter. Nichts, liebe Deutschlands. Die Deutschen haben so kleine Schrenzen, Alter. Warte mal. Freunde, es ist echt anstrengend hier. Olé, olé. Wir haben einen neuen Schrank gefunden. Auf in Mallorca. Aber auf Otto.de. Guck mal bitte ins oberen Fach. Vielleicht finden wir irgendwas, was man gebrauchen könnte. Was man gebrauchen könnte. Da ist eine Tüte drin. Da ist eine Tüte drin. Hallo. Was? Ja, aber meine Tüte steckt. Wir versaufen unser Geld mit den Kommoden. Freunde, meine Kommode. Wie findet ihr sie? Gefunden auf... Otto.de. Otto.de. Freunde, Gino Wild, Tamilu und Gino Wild unterwegs sind. Komm, wir melden uns zurück. Oh, Schwester. Frag mal, oder? Oh, es hat keine Kabel, du hast die andere genommen, oder? Ich bin ja fast wie es auch nie geklappt, Alter. Gino Wild! Ich blöcke. AHAHAHAHA iets. Whose에요? Was die Das ist die Verstehung, die ich bin. Ich bin doch nicht, dass das Verstehungsstück ist. Ich bin der Verstehung. 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 Ein Bierkönig, DJ Miene, Gino White. Was ist das denn? Kamera? Hallo, meine YouTuber. Ah, hallo. Gino White, Gino White, Gino White. Gino White, Gino White. Da hat mir seine CD gebracht. Morgen läuft die hier. Besprochen. So, Freunde, die Jami hat einen neuen Hut. Mein Hut, der hat. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätt er nicht drei Ecken, dann wär's auch nicht mein Hut. Moment was, Alter. Ich liebe Deutsche Leib. 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 Die Deutsche haben so kleine Schreinzeln. Ich fühle mich. Freunde, es ist echt anstrengend hier. Wir sind vor dem Paradise hier, hinten ist die Schinkenstraße. Ole, ole, ole. Die gedütten Kartoffelsalat. Die Schweizer haben die kleine Pinnets. Die gedütten Kartoffelsalat. Freunde, wir haben einen neuen Schrank gefunden. Auf in Mallorca. Aber auf otto.de. Was? Nein, hör zu. Jetzt gucken wir bitte ins obere Fach. Vielleicht finden wir irgendwas, wo man gebrauchen könnte. Vielleicht ist da irgendwas drin, was man gebrauchen könnte. Was ist da drin? Es steckt. Da ist eine Tüte drin. Was ist da drin? Hallo. Meine Tüte steckt fest. Wie dichter. Nein, meine Tüte steckt fest. Ja. Aber die dichter. Ja, aber meine Tüte steckt. Ja. Ja. Steckt fest. Ja. Ah, thank you. Okay. Aber. Okay. Okay. Aber. Ja. Komm jetzt. Hälft jetzt. Ries. Ja, was ist das? Ich kann nicht mehr. Ja, was ist das? Nein. Und schreck. Wir versaufen unser Geld, mit den Kommoden, die saft. Ich weiß nicht. Die saft. Ja, wir feiern. Heit nacht. Oh. Oh. Fuck! Ich hab an der Schule, du musst gerade morgens... Waren wir jetzt an dem Bauch gestanden? An dem oder an dem dahinten? Fuck! Oh Gott! Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Eins weiter, eins weiter, eins weiter! Oh, an der Hund, jeder muss an der Hund, jeder! Ich hab... Warte! Wenn du den Bauch so weh vom Lachen... Hey, du musst auch einen Spruch des sagen! Spruch des Moments! Freunde, meine Komoda, wie findet ihr sie? Gefunden auf, ähm... Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! Freunde, Genowild, Tamilu und Genowild unterwegs sind... Können wir melden uns zurück? Nee, Mann, Schwester... Frag mal, oder? Oh, es hat kein Karolus hier andere genommen, oder? Echt? Ich bin da fast, wie es auch nicht geklappt, Alter! Hattet ihr auch gemeint? Nein, ich hätte... Ich... Ich hab mich da fast... Ey, Dicke! Ich wollte schon... Ich hab mich da... 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 Ich hab mich da...